...und ansitzt Johnson es während der Ukraine-Kandidaten-Kandidaten. Der ukrainische Präsident will es direkt damit, dass sein Land innerhalb der kommenden Wochenende EU-Kandidatenstatus erhalten wird. In seiner verteidigen Videobotschaft sagt er weiter, es geht hier nicht nur um eine Entscheidung für die Ukraine, sondern um einen für das gesamte europäische Projekt. Die Ukraine-Kandidaten-Kandidaten-Kandidaten-Kandidaten-Kandidaten-Kandidaten, die Ukraine-Kandidaten-Kandidaten-Kandidaten-Kicketapier, arkenbly täglich truck & die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020